Hallo zusammen und willkommen zu den Schnellen Schnäppchen. Yay! Dieses Mal hab ich für euch wieder ein paar kleine Spielchen. Wer jetzt gestern noch nicht genug hatte von den ganzen Sales, gibt es heute nochmal ein bisschen was. Heute ist hier der Black Friday. Heißt, es gibt eigentlich recht viele Reduzierungen, aber ich hab euch jetzt nochmal ein bisschen was zusammengesucht. Und zwar gibt es hier erstmal auf Origin Titanfall jetzt gerade für ein Zehner anstatt für die 40 Euro, die man ansonsten zahlen sollte. Wie gesagt, ist aber dann auf Origin, muss man halt wissen. Aber für den Preis macht man glaube ich nicht mehr so viel falsch. Dann hab ich bei euch auf Amazon das Civilization Complete Pack zum Download gefunden. Und zwar gibt es da statt für die 85 Euro, die es normalerweise kostet, jetzt ungefähr 19,50 Euro an die 20 Euro. Also ist also schon mal ein riesiger, ein riesiges Schnäppchen, wenn man das so sieht. Und dann hab ich für euch nochmal eine andere Seite, wo ich auch schon öfters was gefunden hab, die jetzt heute, wie man sieht, einiges reduziert haben. Also wirklich einiges. Es geht glaube ich noch ein paar Seiten so leid, ja genau, zwölf Seiten. Das sind zum Teil sehr viele große Vollpreistitel. Also hier zum Beispiel Bioshock Infinite haben sie auch runtergewetzt. Oder Operation Flashpoint und so weiter. Also es sind wirklich schon Vollpreistitel, die wir hier runtergewetzt haben, die man zum Teil auch für ein paar Euro bekommt. Und das Ganze läuft auf Gamersgate.com. Das werde ich euch natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung setzen. Und ich glaube, mit über zwölf Seiten Schnäppchen werdet ihr heute auf jeden Fall noch einiges zu tun haben. Von daher würde ich mich für heute bald verabschieden. Und ich wünsche euch daher noch eine frohe Schnäppchenjagd.